Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Eine Million Minuten. Ich bin der Stu. Ich hoffe, dieser Podcast geht ein bisschen langsamer. Nee, langsamer ist jetzt auch falsch. Ich hoffe, dieser Podcast geht schneller vorbei als eine Million Minuten. Mal gucken, wie viel sie braucht, denn ich habe den Film nicht gesehen, aber Schlogger. Hallo, Schlogger. Hallo, es ist du. Schlogger, du konntest diesen Film vorab schon sehen. Ich wollte ihn sehen. Es hat leider Termin nicht gepasst. Das ist sehr schade, weil ich sehr gerne mit dir über Filme rede. Das weißt du hoffentlich. Ja, aber so können wir jetzt auch drüber reden. Genau, ich höre dir jetzt zu, genau wie ihr da draußen. Das heißt, wir hängen jetzt an deinen Lippen. Ich hoffe, du nutzt die Chance. Deswegen die erste Frage. Ist noch relativ einfach, liebe Schlogger. Worum geht es eigentlich in dem Film? Also, dieser Film ist die Verfilmung von einem Tatsachenbericht von Wolf Küpers. Also eine wahre Geschichte. Und beschreibt, wie er, er arbeitet beim UN. Er ist in der Umwelt. Er setzt sich dafür ein, dass es unserer Welt besser gehen soll. Und da klettert er die Karriereleiter langsam hinauf. Er hat ein einjähriges Kind und ein fünfjähriges Kind zu Hause. Und der Film beginnt damit, wie er dann nach Hause kommt und sagt, du, jetzt, wir haben voll das erfolgreiche Meeting gehabt zu seiner Frau. Vera heißt sie. Aber die nächsten zwei Jahre wird es nochmal, muss ich halt richtig durchpowern. Und sie bricht dann zusammen. Also, beziehungsweise, es war vorher schon klar, dass sie die Situation nicht geil findet. Und sagt halt, nee, das kriegen wir nicht hin. Ich gehe auf ein Zahnfleisch. Das geht so nicht. Und jetzt kommst du hier an und sagst, die nächsten zwei Jahre müssen wir durchpowern. Das schaffe ich nicht. Wir müssen was ändern. Und dann stellt sich auch noch raus, dass die fünfjährige Tochter, ich glaube, sie ist fünf oder sechs, dass die ein bisschen langsam ist. Also, sie ist mit in ihrer Entwicklung verzögert. Und eines Abends sagt diese Tochter zu ihrem Papa, Papa, ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten nur für die schönen Sachen im Leben. Und laut Wolf Küppers war das so der Anstoß für ihn, indem er dann sich ein bisschen über sein Leben nachdenkt und sagt, ja, okay, ich möchte gerne mehr Zeit für meine Familie nehmen. Und die Familie beginnt dann, eine Million Minuten sind so ungefähr zwei Jahre und beschließt dann, zusammen als Familie ins Ausland zu gehen und da dann Zeit zu verbringen und eben das Leben mehr zu genießen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da Urlaub haben. Also, er will weiterarbeiten und als Lösungsangebot für seine Frau wollen sie sich da eben, weil sie arbeitet auch neben der Kindererziehung, dass sie sich da irgendwie abwechseln wollen. Also, sie wollen eigentlich das Gleiche machen wie zu Hause, nur ein bisschen fairer ausgetauscht in der Arbeit und eben nicht mehr zu Hause, sondern in Thailand und in Island. Okay. Hast du das Buch, das 2018 erschienen ist, gelesen? Ich habe das Buch tatsächlich gelesen, aber wie immer, ich kann mich an nichts erinnern. Das ist aber in dem Fall relevant, da werde ich dann noch drauf zu sprechen kommen, dass dieses Buch, das hat mich nicht berührt irgendwie. Ich konnte mich, wie gesagt, nicht daran erinnern. Der Film hingegen hat was anderes bei mir erreicht. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mir als Vorbereitung nochmal den Trailer angesehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Trailer sah für mich ganz, 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 ganz furchtbar aus, weil er so ein, ich nenne es mal ganz böse und hämisch, so ein Berlin-Mitte-Fokus hat. Also, die Familie, die da im Zentrum steht, zumindest laut Trailer, das war für mich halt so, ja, eine Familie, die in irgendwelchen Altbaubohnungen wohnt, zweimal im Jahr im Urlaub geht und die so vorangezogen wird, um dieses heile Familienbild immer zu evozieren. Also, eine Familie, wie sie, ich sage es mal ganz wirklich, ganz, ganz fies, wie sie Til Schweiger inszenieren würde. Wie ist es denn jetzt im richtigen Film? Ja, genau, die Kritik habe ich auch schon mitbekommen. Also, das meint doch, dass es eben, genau mal abgesehen von dem Til Schweiger-Aspekt, dass es eben eine Familie ist, die eigentlich Kohle hat und deren Probleme sind so First-World-Problems. So verstehe ich das. Dass sie es sich leisten kann, einfach mal zwei Jahre ins Ausland zu gehen, oder? Das ist doch die Kritik daran auch. Genau, also ich würde einfach mal annehmen, dass, ich meine, wir wissen, du bist reich und berühmt, ja, aber angenommen, in einer Parallelwelt gibt es eine Schlöger, die jetzt nicht reich und berühmt ist, ich glaube, dass es nicht einfach so umsetzbar ist für eine, in Anführungszeichen, normale Familie, einfach mal zwei Jahre oder 100 Millionen Minuten, wie viel Zeit ist das eigentlich? Ja, das sind 600 irgendwas Tage, also es sind wirklich fast genau zwei Jahre. Okay, also dann gehen wir auf zwei Jahre, zwei Jahre das zu machen, was jetzt eben dieser Wolf Küpper gemacht hat. Und ich möchte hier nicht sagen, dass Familien, die wohl situiert sind, dass die keine Probleme haben, das möchte ich ja bitte, ich bin jetzt ja auch nicht eat rich, aber es wirkt halt einfach so, also ich habe das halt schon so oft gesehen. Ich kann das einfach nicht mehr sehen und deswegen, also wenn es nach einem Trailer gegangen wäre, wäre das ein Film, den hätte ich halt so komplett links liegen gelassen, aber ich weiß ja schon, dass er dir gefallen hat. Ja, aber ich muss auch gerade sagen, du hast recht, das heißt Wolf Küpper, nicht Wolf Küppers, glaube ich, habe ich vorhin gesagt. Genau, Küpper heißt die Familie. So, genau, den Trailer habe ich mir danach dann auch angeschaut und ich muss sagen, ich verstehe total, wo da Eindruck herkommt. Und das ist auch beim Buch oft die Kritik gewesen, ich weiß nicht, ob die Kritik von denen kam, die das Buch gelesen hatten oder nicht, aber der Film ist erstmal, was ich ja gesagt habe vom Inhalt her, die müssen, die haben gespart, klar, und er hat einen sehr guten Job, weil er eben für die UN arbeitet, aber die müssen all ihr Hab und Gut verkaufen, um sich das leisten zu können. Und wie gesagt, die sind ja nicht im Urlaub in den zwei Jahren. Also die wollen da ganz normal weiterarbeiten. Und da bricht auch schon das Erste, was man vielleicht, Leute, die keine Kinder haben oder Leute, die noch nie mit Kindern im Urlaub waren, mit Kindern im Urlaub ist eigentlich kein Urlaub. Also es ist das Gleiche wie zu Hause, nur dass du eben woanders bist. Und das Problem, dass du dann auch da keine Kinderbetreuung hast. Also eigentlich, vor allem wenn du dir vornimmst, da auch noch zu arbeiten, hast du es schwerer im Urlaub oder wenn du im Ausland wohnst, weil dir eben die Kinderbetreuung fehlt, vor allem bei so kleinen Kindern. Und das ist jetzt das, was der Film auch gut macht, denn ich fand ihn irgendwie wenig kitschig und es gibt viel Streit. Also es ist, als würden die zwei merken, es ist nicht so, wir haben hier unsere Probleme und das ist die Lösung und alles läuft super, sondern die merken eigentlich, wir haben überhaupt keine Lösung für unsere Probleme. Und dass wir jetzt ins Ausland gegangen sind, das hilft uns jetzt auch gar nicht. Also er merkt, dass er nicht klarkommt, dass die beiden merken, dass ihre Arbeitsaufteilung, wie sie sich vorgenommen haben, das klappt überhaupt nicht. Sie streiten sich eigentlich dann doch dauernd. In Thailand merkt er, dass es genauso ist, wie es in Berlin auch war. Es passiert auch wenig, dass Vera, also man hat nicht den Eindruck, dass, manchmal denkt man so, ja Vera, sei doch mal dankbar, dass dein Mann hier das hier für dich macht. Und da muss man sich selbst ohrfeigen, weil man sagt, bist du eigentlich bescheuert? Vera hat jetzt fünf Jahre lang sich um die Kinder gekümmert und nebenher gearbeitet und dann soll sie jetzt dankbar sein, dass er sich jetzt mal auch um die Kinder mitkümmert. Und deswegen, der Film ist sehr realistisch, fand ich. Also weil er nicht, er ist nicht kitschig. Wir sehen hier die ganze Zeit, dass sie die Probleme eigentlich nur an einen anderen Ort geschleppt haben. Und das wird dann auch wirklich vom Film behandelt oder sucht er dann auch eher so die einfache Lösung? Nee, also wir haben hier, ich habe jetzt als Beispiel zum Beispiel, es gibt, er ist am Strand mit seiner Tochter und hat, eigentlich soll er sich um die Kinder kümmern, schafft es aber natürlich nicht, nicht ans Handy zu gehen, wenn er angerufen wird, weil er die Sachen ja selbst erledigen will. Und dann dreht er sich von seiner Tochter weg, die dann ins Meer läuft. Und vielleicht könnte man bei einer kitschigeren Verfilmung denken, dass die Tochter dann, keine Ahnung, fast ertrinkt und er muss dann nochmal über sein Leben nachdenken. Aber nö, die Tochter geht einfach ins Meer und beobachtet dann die Fische, was für sie ein total tolles Moment ist. Und er telefoniert vorne gestresst und merkt halt, er ist immer gestresster und gestresster, während sie einen schönen Moment für sich hat. Oder als sie dann nach Island gehen, da taucht so ein Nebenbuhler auf, auf den er total eifersüchtig wird. Aber da wird auch nichts passieren. Also es gibt keine Szenen, die irgendwie zweideutig dann dargestellt werden, dass er irgendwie ihn und seine Frau erwischt, obwohl sie nur geflüstert haben und denkt, sie haben geknutscht oder sowas. Nee, passiert gar nicht. Ich glaube, im Buch ist es so, dass er in Island eben mit einem anderen Männerbild konfrontiert wird, weil die es auch seltsam finden, dass er dann zu Hause bleibt mehr. Und er sich mit sich, also natürlich ist das Buch aus seiner Sicht geschrieben und deswegen ist es viel auch Selbstfindung da drin. Und eben dieses Männerbild in Island, die Männer bauen alles von Hand, machen alles selber, das versucht er im Film dann auch und es klappt aber auch einfach nicht. Und das, dieses ganzen, was ist deine Frage, sorry, ich bin, ich habe jetzt ganz viel da reingeworfen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Film kitschig ist. Es ist auch, ich habe zum Beispiel Vera Küpper, seine Frau, Karoline Herford, die hat, ich habe die, glaube ich, erst in den letzten paar Minuten lachen sehen. Weil, also lachend mit ihrem Mann zusammen, mit den Kindern lacht sie öfter, einfach weil die beiden sich nicht zusammenfinden, weil es so eine Scheißsituation ist und auch im echten Leben in solchen Beziehungen ist. Das hast du ja schon Karoline Herford genannt, die hier die Hauptrolle spielt neben Tom Schilling und wie machen die denn so ihren Job? Die beiden mag ich sowieso gerne. Ich finde, dass die sehr authentisch spielen und ich nehme denen das ab und das hat sicherlich dem Film sehr gut getan und dem Realismus, den ich hier dazu spreche, was ich jetzt von einem Till Schweiger Film von den Schauspielern eben nicht angenommen hätte. Es erinnert mich ein bisschen an, letztes Jahr haben wir ja auch besprochen beim Peter-Stammtisch den One for the Road mit Frederic Lau, der ja auch dieses Thema Alkoholismus behandelt hat, wo ich im Vorfeld auch dachte, das wird wieder so eine, ja, so eine in Anführungszeichen deutsche Produktion. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben und der war ja dann auch überraschend ernst und hat sein Thema auch überraschend ernst genommen. Ja. Also es gibt in dem Film auch Lichterketten, also in eine Million Minuten, weil der Vater versucht, in der Zeit, die er mit den Kindern verbringt, auch noch irgendwie effizient zu sein und seiner Tochter eben, weil sie ja ein bisschen entwicklungsverzögert ist, eben die Entwicklung aufzuholen. Aber der Film zeigt dann eben, dass das nicht so klappt, weil die Tochter einfach nicht mitmachen will und wie er dann mit seinem Frust umgehen muss in diesem Effizienzgetriebenen. Also ich fand ihn sogar noch realistischer als One for the Road oder seriöser. Ja, jetzt klingt es für mich als Außensteher ja so, dass da wirklich relativ viel drin steht. Du hast diese Beziehungskrise, nenne ich es mal, du hast das mit der Tochter, du hast dann auch die Arbeit natürlich und die Erwartung und den Druck, den beide dann auch ausgeliefert sind. Ist das nicht ein bisschen echt arg viel für einen Film? Ich sehe gerade, er geht zwei Stunden. Merkt man diese zwei Stunden? Sind diese zwei Stunden vielleicht zu vollgestopft oder schafft das Regisseur und Co. und Autor Christopher Doll da auch gewisse Freiräume zu schaffen? Ja, also dadurch, dass du, du hast Berlin, du hast Thailand, du hast Island, durch die drei Punkte wird der Film auf jeden Fall nicht langweilig, weil du hast immer neue Schauspielorte, an die du dich gewöhnst und eben da auch neue Figuren, die sie kennenlernen. Es könnte dann schon ein bisschen voll sein, je nachdem, was du rausnimmst. Also nimmst du eben eine moderne Beziehung, in der eben beide gleichberechtigt arbeiten wollen auch und sich aber auch um die Kinder kümmern wollen. Nimmst du da raus das moderne Männerbild? Wie kommt der denn damit klar? Oder eben die Beziehung auch überhaupt noch eine Liebesbeziehung? Ja, vielleicht ist viel drin, aber irgendwie war es, ich habe das alles, ich bin da mitgegangen. Okay, und dass er irgendwie spürbare Längen für dich hatte, war auch nicht der Fall? Nee, war auch nicht. Mir fällt auch gerade noch ein, Joachim Kohl spielt seinen Vater und den fand ich auch gut. Da wird nämlich noch am Rand so, der Vater fragt natürlich die ganze Zeit nur, ja, was ist denn jetzt mit deinem Job? Also ich finde das eine Scheißidee, weil dann kannst du ja deine Karriere nicht weiterverfolgen und wie du willst dich um deine Kinder kümmern, was soll denn das? Also das ist ja auch das Klassische und hier Tom Schilling rastet dann irgendwann aus, sagt, kannst du mich mal was anderes fragen als nur die Arbeit? Was ist denn da dein Problem? Und daraus kommt dann auch eine ganz schöne Begegnung dann von Vater und Sohn am Ende, als sie da dann drüber sprechen. Und dieses kleine Thema kam auch, obwohl es so noch reingequetscht wirkte, hat es auch noch gut gepasst, fand ich. Okay. Es ist die zweite Regiearbeit von Christopher Doll, der meine ich zuvor, aber auch schon einige Male mit Caroline Herford, die ja auch schon als Regisseurin mehr als einmal aktiv war, zusammengearbeitet hat. Und wie ist es, der Film inszeniert? Denn du hast ja schon gesagt, wir haben Berlin, wir haben Island und noch ein paar andere Locations. Sieht der Film nach Kino aus oder denkst du dir so, ja, der Film thematisch war gut und darstellerisch, aber so optisch, visuell hätte es, glaube ich, auch auf Netflix gereicht? Nee, der ist schon sehr schön. Also die haben natürlich hier schöne Farbsättigungen, die Einstellungen sind schön. Wir haben viele kleine Schnittbilder, die das irgendwie, wenn wir einmal Thailand oder eben Island und das sind jetzt schon zwei krasse Gegensätze. Einmal hast du hier dieses Tropische und dann eben das Kühle, eher Graue und ich fand es schon sehr schön inszeniert, ja. Okay. Hast du noch irgendetwas, was du zu einer Million Minuten loswerdest? Ja, tatsächlich. Außer deinen Fazit. Dann bitte. Und zwar war das so, dass ich im Film dachte, ich hoffe, dass das nicht nur was ist für die frustrierte Hausfrau, die zu Hause sitzt und denkt, ja, ich wünschte, wir würden auch mal so darüber reden und zumindest versuchen, die Situation zu verändern mit, also die Familienmutter. Und habe dann am Ende nach dem Film mit jemandem vom Verleih gesprochen. Also es ist ja so, bei diesen Pressevorstellungen, dann gibt man ja am Ende ein kleines Zitat ab oder einen kleinen Eindruck, damit die vom Verleih einschätzen können, wie denn der Film so ankommt bei der Presse. Und das habe ich eben dann gesagt, habe eben gemeint, ja, ich hoffe, dass der Film eben auch bei den Leuten ankommt, die nicht in so einer Situation stecken, weil ich ihn echt gut fand. Und dann hat die Person sich auch geöffnet, meinte, also es war ein Mann, ich meinte, ja, ich als Mann, mich hat das auch sehr getroffen, weil ich konnte so gut nachvollziehen, wie es der Hauptfigur geht, weil auch ich habe es gerade noch geschafft, die Kurve zu kriegen von ich versumpfe in meinem Job zu ich möchte eigentlich mehr Fokus auf die Zeit mit meinen Kindern legen. Und dass der Film das geschafft hat, dass einem so bewusst wird, was ist denn eigentlich, also dass man zumindest drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich wichtig, möchte ich jetzt hier immer weiter hochklettern und opfere dafür die Minuten, die ich für meine Familie hergeben könnte. Und dieses Gespräch fand ich sehr berührend und ich hoffe, dass der Film auch andere Leute so berühren kann. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Ich bin gerade ein bisschen traurig, ihn nicht gesehen zu haben. Trotz allem glaube ich, dass es mehr dein Film ist als meiner. Ja, einfach weil das eine Thematik ist, die mir einfach ferner ist als dir. Und das ist jetzt absolut nicht wertend gemeint. Aber ich werde versuchen, diesen Film natürlich nachzuholen. Ob es im Kino ist, weiß ich nicht, weil ich habe viel zu tun und ich bin der beschäftigte Mensch. Aber gut, dann würde ich sagen, wir haben rausgehört, dass dieser Film dir gefallen hat. Wir haben noch nicht rausgehört, dass er am 1. Februar startet. Das habe ich hiermit gesagt. Zack, Hacken gemacht. Jetzt kannst du gerne noch dein Fazit fällen und dann war es das auch. Ja, also mein Fazit. Ich fand den Film sehr toll. Er hat mich berührt. Er ist nicht so kitschig, wie der Trailer es vermuten lässt. Er zeigt auch sehr viel Problematik. Hier wird nicht gesagt, hier geht ins Ausland, habt Urlaub, was sie ja nicht haben, Urlaub. Und alles wird gut, sondern die stoßen auch da auf die Probleme. Es gibt viel Streit zwischen den beiden und sie müssen sich erst krass wiederfinden und überlegen, wie können wir es denn irgendwie hinkriegen, dass beide arbeiten wollen und Ausgleich finden und trotzdem für ihre Kinder da sein können. Von daher, natürlich ist es ein Thema, was mich mehr betrifft, weil ich eben Kinder habe. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass das auch für andere Leute interessant sein wird. Und daher eine Empfehlung von mir, auch gerne ins Kino zu gehen, nicht unbedingt nur zu Hause zu gucken. Alles klar. Das war eine Million Minuten kompakt besprochen in knapp 17 Minuten. TeleStammtisch, wir können es einfach. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, uns gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Auch auf unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de. Ich sage Tschüss und Schlogger, das letzte Mal gebührt dir das Wort. Alles klar. Mein Name ist Schlogger oder Johanna Baumann. Ich darf hier einen kleinen Werbeblog dransetzen, denn ich bin Autorin und Zeichnerin. Ich zeichne zum Beispiel über Kommunikation mit Kindern. Da ist schon wieder, dass mich das Thema berührt. Ihr findet meine Sachen zum Beispiel auf meiner Webseite www.schlogger.de oder direkt als Bücher gebunden auf dem Shop www.schloggershop.de oder überall, wo es Likes gibt, wie der Gutes Du manchmal auch zum TeleStammtisch sagt. Nämlich unter dem Handle TheSchlogger auf Facebook, Instagram, Xthreads, TikTok. Überall. Schaut einfach rein. Aber am wichtigsten ist, dass ihr bei der nächsten Besprechung vom TeleStammtisch auch wieder dabei seid. Und ich freue mich, euch dann als Hörer mir vorzustellen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.